LOL Nein Kein heiß Weiner What? Toxic Kids Also dem reporte ich Voll normal Erste Runde Deagle? Nein Das können wir der Welt nicht antun Ja Lang ist nix Kommt direkt zurück Lang ist nichts Ja, Shot Shotgun Ja, Shotgun vor Shotgun vor Der nicht gesehen Alter, die Schellen Beide am Holzwagen Beide am Holzwagen Zurückgegangen So, beide zurückgegangen Die pushen jetzt Oh, jetzt hat er mich gegründet Wieder beide am Holzwagen Ich treffe einfach nicht seinen scheiß Schädel Also einer ist onside Aufm Balkon Ich treffe mich Ich bin so hässlich Man muss Der letzte Ich hab sieben AP Ich bin so ein Ich bin so ein Ich bin so ein Und ich bin so ein Ich danke immer noch nix. Von short ist immer noch was. Ich danke nichts. Boiler, Boiler, einer Boiler. Einer Abs hat nen Headshot gekriegt. Da war'n. Letzter Boiler. Oh, einer Balcony. Ja. Ja, ja, der hat da geschossen. Der hat sich MP5 gekauft. Nein, Lang hat Low HP. 18. Äh, 28. 28. Ah! Ich hab' ihn gesehen! Echt? Ich hab' ihn nicht gesehen. Irgendwie hab' ich so'n Schatten oder einen Fuß oder irgendwas gesehen. Ja, jetzt kommt's raus. Irgendwie. Ja... Ich hab' ihn gesehen. Wie kommt man in die Library verzogen? wir haben die gilt aufpassen lange ich stehe steckte der muss mich decken okay lang ist nichts an der shirt bestimmt aber nichts zu sehen hat meine nicht gefressen langkompass haben aber 4 0 so ein guter anfang ja Njoo Nope Schnips Das Schlang ist offen jetzt Shirt Smoke Oh, den hast du getroffen mit der Nate Das war ein Buddy-Hit Beide Shirt Ich hoffe, die checken das nicht in der Ecke Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Ich standard posi schlechthin, aber ich hoffe, die gucken nicht Ich flash, Achtung Einer ist Apps Ich rotier mal Ja, ich hab dich versteckt Nice Schön Ich hab zwar ein bisschen gefressen, aber das war gut Ja, das war ein guter Bait, aber das Geilste ist, weißt du, der guckt mich erst an und guckt wieder weg Hat wahrscheinlich gedacht, ja gut, da steht eh keine Nummer so im Standard ... ... ... ... ... haben geschlecht und einer ist leute war da gewesen glaube ich hatte mir flaschen ja war wohl eher ruckelt hier oder was ruckelt hier nicht ruckelt jetzt wieder ja jetzt lang ist nichts hat schon glaube ich ein bisschen gefressen was gerade in videos verflangen also lange ich gucke schaut was sind ja ja was will sagt er entdeckt mich an der deckung wie hat er sie ist da irgendwie so durchgeschlichen jetzt wollte er eingegangen ist jetzt toxik hat hat der headshot gefressen er wohl 23 obwohl doch ich habe zwei headshots gemacht mal gucken vielleicht flammt er wieder richtig ist das wieder einfach heute der hier ist schon mal frei einner shot ich mein der hat mp9 minus 40 ach zu zweit der kann es für nichts machen wenn der eine hat einen holepick das ding kostet ihm die furchte und bestellung naja gut wenn er Spaß dran hat 34 in drei jahren wollen wir kaufen ja ich habe sogar gekauft aber zu machen hier den mist lang am spiel naja einer war lang einer ist schon dabei kommt nicht hast du short noch er hat gesmockt aber ich kann rumgehen ja ja das ist da nicht in der ecke ne der ist nicht gewann es halt alleine mit nem Pfosten da tust du schwer gell der ist echt böse der Pfosten keine pitt alleine line nein ich komme jetzt mit lange machen wie die säcke weg und dann ist noch was er hat eineς hypiere hat ein hypie wie kann er nicht sterben hallo ich komme jetzt in 3 mal das einfach mal short geht wenn der jetzt mit smoker ich fläche rein egal aber Lang, lang ist deine Waffe. Ist im Peak. Du hättest eigentlich die bessere Pose gehabt. Rechne nicht damit, wenn die pushen. Wenn wir schnell spielen. Da kommt jetzt eh gleich ne Nate geflogen. Lang pushed. Hältst du short? Dann geh ich raus. Weiß. Egal. Lass short gehen, lass short gehen. Zusammen. Ah der kann ne. Mach mich fertig. Er kommt bestimmt lang. Glaub ich nicht. What? Eingelockt. Ja. Hab ich. Jetzt war ich gerade echt überrascht. Eingelockt. Ups. Also dem report ich. Genau, genau, genau. Missbrauch des Chats. Genau, zack. Der andere auch. Enjoy your victory, Nazi. Ich habe es richtig gehört. tangible, die wir heute noch erst mal haben. Wir haben einen Mal. Ich habe es geschafft. Es ist wie in der Tattoo, Wir haben uns überlegt. Das ist geschafft. Wir haben uns überlegen. Bis zum nächsten Mal.